Welcome back! Wir sind auf dem Weg dahin, die Lichtbarriere zu deaktivieren. Wir müssen hier irgendwie ins Haus. Wir haben in der Folge davor schon ein bisschen drum herum aufgeräumt. Da ist noch einer und hier links sind glaube ich auch noch ein oder zwei. Ich gehe mal kurz erstmal hier hin. Oh, ich könnte einfach da hoch. Warum kann ich da nicht hochblinken? Ja, weil ich glaube, der Schatten ist ja auf den Dingern und... Ah, das geht doch. Ah, das war nur so. Ich dachte, der hätte das Hochzeichen sein. Hilft mir aber genau gar nicht. So, da komme ich drum. Aber die Frage ist... Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Ich glaube, das Spiel will nicht, aber da will ich genug. Das Spiel will aber glaube ich nicht. Ich könnte mir jetzt hier was hinlegen und dann... Aber ne, warum? Ich glaube, ich muss einfach ins Haus. Jo. So, und hier? Waren hier die zwei? Oh, da muss ich hin. Achtung! Ja, ich bin jetzt aber super vorsichtig, weil ich meine, hier läuft noch ein zweiter. Ich will den ungern da töten. Oh, oh! Ja, ich wollte ja sagen, guck doch mal um die Ecke. Oh, kommt der jetzt zu mir? Jo. Aber es wäre ja gut, wenn er hier genau vorbeiläuft. Wenn er jetzt hier in die Ecke kommt? Cool. Los, lauf weiter, weiter, weiter! Nein, nicht schämen bleiben. Da will ich ihn nicht töten. Das ist glaube ich, das hört er. Ja, wenn du ihn jetzt, wenn du eine Glocke machst, hört dich auch, glaube ich, der andere. Ja, ja, der hat die Glocke einen mega Radius. Okay, jetzt kannst du ihn auch nicht töten. Ja, der ist, glaube ich, fest. Das heißt, wir lassen den um die Ecke laufen. Wenn er hier wieder hingeht, dann kann ich ihn töten. Und dann kannst du den töten. Ach so, oh ja. Den musst du auf jeden Fall töten. Steht da noch einer? Boah, da habe ich Angst, dass da noch einer steht. Ich glaube, ich töte lieber... Töte einfach nur ihn, glaube ich. Den anderen muss ich jetzt nicht unbedingt töten. Es sei denn, das aktiv... Ne. Bisher, das triggert die Leute ja nicht, wenn ich das Ding hier zerschlage, oder? Die Frage ist nur, ob er dich vorbeifliegen sieht. Das könnte nämlich sein. Ich will mal dieses um die Ecke gucken und haben den Kopf geneigt. Das hört ja nicht, ne? Ne. Aha, ich will den nächsten Abschnitt in der... Wo? Okay. Da hinten irgendwo raus, ne? Aber wir haben jetzt nicht gesagt, wo genau. Ja, da. Hat er dir angezeigt, so schief da. Ne, aber es ist nicht das Ziel, Ziel. Bestimmt sind nur diese Tempelchen. Diese, die wir uns aber eigentlich auch mal angucken sollten. Wo sind die Rollen vor allen Dingen? Wir haben... Da sind die? Sind da nicht immer die Rollen? Da ist einer. Ist da einer? Das sind doch... Das zeigt uns doch die Rollen an eigentlich, ne? Dachte ich. Weil, wie komme ich denn hin? Ich muss... Da? In dem Schatten? Da müsste ich hier kommen. Ja. Und dann müsste ich hier rüberkommen, ne? Ja. Das geht nicht, aber... Hehe. Ah. That's it. Da. Siehst du, da ist so ein... Ne, war ich gerade so komisch. Der lädt dich doch auf, deine Fähigkeiten irgendwie. Zack. Ach so, ich dachte, das war eine Schriftrolle. Ein Fähigkeitenpunkt. Mhm. Drei. Da sind... Wieder die Götterseile. Was brachst du? Also, das lädt... Kann das sein, dass das dieses Blaue auflädt? Ja. Du hast nur drei davon, glaube ich. Zwei. Ne, ein, zwei, drei. Ach, das große... Oh, so. Hi, hi. Hast du den nicht gesehen? Ich schone nicht. Manchmal stehen die Jungs da einfach nur rum. Ja, dann töten wir sie. Ihn. Das war zu einen Ticken zu weit. Ich liebe dieses Slow-Mo. Ja. Wenn man nicht weiß, habe ich jetzt rechtzeitig gedruckt, oder nicht. Da hinten läuft einer rum. Ja. Können wir das nehmen? Ja. Wir können da oben rauf. Das ist eine gute Idee. Muss ich da oben rauf? Sieht eigentlich so aus, als würde ich jetzt hier... Ja, aber dann siehst du, ob jemand auf dir, auf dir, auf diesem Ding hier steht. Rechts. 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 Da. Ach so. Ach so, das hätte ich gar nicht gemacht. Ich wusste nicht, ob hier vielleicht ein Bugenschützer draufsteht, weißt du? Mhm. Das macht richtig Spaß gerade. Das macht richtig Laune. Ja, ich hatte auch Spaß, auch wenn das so ein bisschen müßig war. Ja. Na, man kriegt halt so einen Flow irgendwann. So geht der lang. Ich werde es dann nochmal durchspielen mit anderen. Oh, Schatz, ne? Einmal werde ich versuchen, niemanden zu töten. Dann alle zu töten. Ich mag das ja super gerne. Ähm. Wir nehmen uns mal. Ich nehme jetzt auch eher die Zeit an, zu gucken, wo ihr langläuft. Das einzige, was mich stört, ist, dass man die Story nicht so gut mitkriegt. Ja. Weil... Guckt ja in unsere letzten paar Jahren. Das mache ich ja schon. Ich schreibe ja auch schon immer raus, worum es eigentlich so geht. Ja. Ähm. Ignoriere ich den und ich glaube, ich ignoriere den und hole mir den Bugenschützen. So. Es ist wieder History Time. Pff. Josh. Möchtest du eine Geschichte hören? Ja, warte. Ha! Das war gar im Kontext sogar. Möchtest du eine Geschichte hören? Hast du gelesen, was da stand? Mhm, mhm. Finde ich witzig. Ich hatte nur leider gerade getrunken. Was? Unter dir. Aber warum? Er hat irgendwas entdeckt. Wen oder was? Weiß eh nicht. Trau dem Schatten nicht. Ist voll der Rassist, ne? Einfach aufs Rache hole ich mir den jetzt. Wo ist er? Da ist übrigens um den Baum. So ein... So ein Gebetsseil, von dem ich erzählt habe. So ein fieses... Fieses Seil, ey. Du komm her, du ey! Hier sind... Chiminawa. Wie ist der hier lahm aus, ey. Völlig... Un... Unberecht... Ohne Recht. Unberechtigt. Sieht total gut aus. Er war auch alleine. Was? Das ist... Ich mag das Level, aber ich finde, die sind auch abwechslungsreich. Sehr... Klar sind die alle in so einem bestimmten Stil, also in einem ähnlichen Stil, aber die haben... Ja, es ist immer Nacht. Es ist halt auch ein Thema, wird durchgezogen, ne? Mhm. Also, das war nicht auf die Nacht bezogen. Das ist klar. Wir sterben ja in der Sonne. Wir haben ja nur quasi bis Sonnenaufgang Zeit. Oh. Okay. Bogenschütz links. Der im Licht. Und rechts auch noch einer. Ach, schade. Ich dachte, der bleibt da noch momentan. Ich wollte gerade zu ihm hin. Du könntest da oben rauf. Vor dir geht's hoch. Den würde ich fast ignorieren. Ja, ich auch. Ich suche die ganze Zeit nach Schriftrollen, aber ich sehe ja immer keiner. Aber es muss immer relativ viele geben, wir finden die immer noch nicht. Nein. Früchte des Arageron. Was ist das für Früchte? War er das jetzt? Ja, das war der Bogenschütze, den wir gesehen hatten, ne? Ja. Okay. Das heißt, ich erzähle dir jetzt die Geschichte des Susano. Ah! Ja? Hast du da reingefallen? Ja, ich habe mich da hingeblickt und dann war da noch. Und ich glaube, genau da sollte ich hin. Glaube ich auch. Oh mein Gott. Ich bin super schock. Das war so richtig, sein Gesicht hättet ihr sehen sollen. Also, Susano. Wir knüpfen dann die letzte Folge an. Falls ihr die nicht gesehen habt, müsst ihr euch die über Amaterasu. Und wie ihr Bruder Susano sie so lange geärgert hat, bis sie in eine Höhle eingeschlossen hat. Und Susano am Ende dafür verbannt wurde und durfte nicht wieder zurück in die Götterwelt. Der ist jetzt also auf der Menschenwelt. Und dort trifft er auf einen Fischer. Und der Fischer erzählt ihm, dass sieben von seinen acht Töchtern von Yamato no Orochi gefressen wurden. Und den habe ich jetzt schon so oft erwähnt, dass ich jetzt nicht wieder erzähle, wer Yamato no Orochi ist. No. No. Weißt du es? Nein. Ach Gott. Die achtköpfige Schlange. Ja, ich dachte, wir haben nur neunschwänzigen. Jetzt gibt es neunschwänzigen Kopf. Ne, Kopf. Fuchs. Fuchs. Ja, die war doch ganz in der ersten Folge, habe ich davon erzählt. Ah, ja, ja, ja. Sieht aus wie eine Falle. Genau. Die heißt achtteilige Schlange, die später halt auch oft als Drache dargestellt wurde. Aber ursprünglich ist sie halt ne Schlange. Ähm. Und die frisst halt, hat sieben dieser acht Töchter des armen Fischers gegessen. Und der Fischer möchte jetzt, dass seine letzte Tochter beschützt wird. Und Susano sagt ihm, klar, er beschützt sie, aber nur wenn er sie dann als Frau kriegt. Also wenn er sie dann heiraten darf. Weil sie ist ziemlich hübsch. Abgezockt. Und er ist nicht nur abgezockt, sondern auch noch ziemlich clever. Und was macht er? Er lässt sich, er besorgt sich Fässer voller Sake, wo wir wieder auf den Sake zurückkommen. Und, äh, bietet sie quasi diesen Monster ganz ehrwürdig an, damit sie anfängt den Sake zu trinken. Und die Schlange trinkt und trinkt und irgendwann ist sie natürlich total betrunken. Und Susano schlägt sie tot, ihm zerteilt sie wohl in ganz viele Teile. Und gewinnt quasi den Kampf gegen dieses riesige Monster. Das ist eine der bekanntesten und größten Legenden in Japan. Und das schönste oder spannendste an dieser Legende, finde ich, ist gar nicht die Legende selbst. Sondern man sagt, dass aus dem Schwanz dieser Schlange ein Schwert entsprungen ist. Und, äh, da muss ich gestehen, habe ich nachgeguckt, wie das genau heißt. Weil ich wusste nur, das ist ein Schwert und eine Thron-Insignie. Das heißt Kusanagi no Tsurugi. Das ist eins der, also ein heiliges Schwert quasi. Und in Japan hat der Tenno drei Insignien. Und zwar einmal dieses Schwert. Was man übrigens nicht weiß, wie es aussieht, denn es wurde nie der Öffentlichkeit gezeigt. Es gibt halt nur, so könnte es aussehen nach Erzählungen, Abbildungen. Und zusätzlich gibt es das Yata no Kagami. Kagami heißt Spiegel auf Deutsch. Das ist der Spiegel, der vor Amaterasos Höhle lag. Den hat Amaterasu ihrem Urenkel mitgegeben, als er auf die Erde ist. Und einen Jadestein, der wohl auch vor der Höhle hing, um Amaterasu herauszulocken. Und diese drei Insignien sind quasi die Insignien des Kaisers. Das, finde ich, ist eine ziemlich coole Geschichte, um das abzurunden aus der letzten Episode. Ja, und jetzt habe ich auch mal Lust, mehr über das Spiel zu reden. Hm, ich bin halt so im Killing Spree. Ja, ich mag das. Du atmest auch immer weniger. Ja, ich werde eins mit dem Schatten. Konzentriert. Mit dem Kager. Ich bin gespannt, ob wir später unsere Unsichtbarkeit noch brauchen eigentlich. So richtig, meinst du? Ja, mal so. Kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Seher funktioniert das alles ganz gut. Weil, die wissen ja nicht, was du skillst. Und weil du so wenig Skillpunkte findest, dürfte es ja eigentlich nicht so sein, dass du das irgendwann brauchst. Ja, man weiß auch nicht wirklich, wie lang das jetzt ist, ne? Ja, ich habe das Gefühl, so wie wir spielen können, ist es noch eine ganze Weile da. Ich glaube, am Anfang haben wir uns ein bisschen dumm angestellt. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, unsere... Ja, wobei ich auch eine ganze Folge brauchte für die... Unseren... Ja, ist einer. Secret? Undertype. Fürs Letzte. Ich gucke, aber ich versuche auch schon immer so ein bisschen noch mehr zu gucken, so links und rechts mal, ob das was ist. Aber irgendwie ist hier ganz schön unordentlich. Ich frage mich, ob diese 8 gabliege Schlange, heißt sie, die was zu tun hat mit der Story hier. Weil ja auch irgendwie schon Wasser, so eine Anspielung auf dem Wassergott war. Und dann am Anfang die Statue. Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite kann ich mir das dann irgendwie doch wieder nicht vorstellen. Warte, hier war ich, oder? Hier war... Doch, hier komme ich raus. Okay, ja. Ich bin echt gespannt. Also, weil das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt nicht nachgucken würde, würde ich immer ein bisschen was von der Story verpassen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ins Wasser fahre. Da oben ist der Talis. So. So. Los! Bötchen, los! Flieg und Sieg, oder was? Bötchen, Flieg und Sieg. Warte. Ganz... Ah! Oh oh. Oh oh. Genau das meinte ich, wenn man einmal falsch sich verklickt. Aber ich bin genau... Okay. Ja, okay. Das wäre auch ziemlich scheiße sonst. Also, wenn ich hier stehe, muss ich doch sofort weiter... Ne, du hast da ganz rechts... Dreh dich mal ein bisschen weiter. Da ist Schatten. Was ist das Schatten? Ja, das ist vor dir. Ah, okay. Also, easy. Ich dachte, ich müsste sofort weiter blinken. Kann ich hier schon hoch? Ja. Ja. Nur noch drei. So, jetzt noch raus... Hier würde ich sagen. Boah, und dann hast du das mega krass gemeistert. Ähm... Danke. Ich habe dich gerade gelobt. Ja, ja. Ich war ja auch... Danke. Ähm... Ja, aber ich kenne deinen Sarkasmus. Ich bin gerade Schatten. Und du hast keine Blinkdinger, oder? Oh, das ist komisch. Obwohl du komplett rot warst. Pass auf, der sieht dich doch. Und dann Sprinte zum nächsten. Kann grad nicht... Ah, er sprintet dann auch immer nicht. Genau, das verstehe ich auch nicht. Ach so. Ne, ich habe erst mal versucht zu klicken, und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht. Ja, weil du warst komplett rot. Weil ich nichts mehr hatte. Aber da oben nicht, da oben nicht. Aber ich habe jetzt auch nichts... Man verliert nur, wenn man im Megalicht steht, ne? Ja, ja, klar. Wenn ich in... Da war ich jetzt zwar im Licht, aber ich war nicht komplett im Licht. Das war komisch. Obwohl du warst ganz rot eigentlich, hättest... Aber das haben sie vielleicht eingef... Ich hatte... Ich war... Naja, aber mein Umhang hatte noch... Ach so, noch schwarz. Ja, dann kann man. Solange man irgendwas Schwarzes hat. Guck jetzt. Ja genau, jetzt bist du im Hype. Man sieht mich, aber ich habe halt meine Energie. Genau. Ja, sie haben ja... Das war in der ersten Folge, glaube ich, dass es drei Stufen gibt. Ganz unsichtbar Hype zu sehen und total zu sehen. Vielleicht gehe ich doch erst nach da unten. Ich habe Durst. Ja. Ich habe mein Wasser ausgetrunken. Hier. Danke. Sack. Oh, ganz schön viele Kollegas. Miso. 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 Guck mich nicht an. Ah, Miso. Miso. Das Wasser. Miso. Miso. Ich habe mich gefreut. Ich habe gestern bei der Veranstaltung... Komm schon. Komm schon. Auf der ich war. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, das ist wirklich... Wirklich... Oh. Oh. Also beim Talk and Play habe ich gestern jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er gerade Japanisch lernt, weil er nach Japan möchte nach seiner Game-Designer-Ausbildung und da arbeiten. Mhm. Fand ich voll cool, weil ich ja auch Japanisch wieder auffrische und dann jemanden kenne, mit dem man üben kann. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss... Bin ich überhaupt richtig? Hätte ich, wenn ich da in die komplett andere Richtung hätte laufen müssen? Also nicht. Boah, wenn der da hinguckt, sieht er mich, ne? Wenn der... Hier gibt es auch nie Belohnungen, ne? Boah, hä? Ich muss... Aber von da komme ich doch. Nicht blöd. Vielleicht bist du jetzt höher als vorher? Guckt der in die Richtung? So, warte mal. Zack. Und dann gleich den anderen noch mit töten, würde ich machen. Aber ich muss, guck mal, ich muss da hin. Ja, ja, klar. Aber sicher ist sicher. Na, von mir aus. Zack. Lauf doch. Dass du dich immer doppelt blinkst, wenn du so nach dran stehst und nicht sprintest. Ja, ich bin irgendwie immer... Ach, sprinten. So. War das jetzt also echt umsonst bei der Aktion? Weiß ich nicht. Bitte fahr jetzt nicht runter. Warte. Hä? Ne. Ne. Ah. Für den Talisman. Ich habe den doch schon eingesammelt. Er ist doch auch. Ist das jetzt verbuggt oder was? Ne, ist noch nicht weiter gesprungen, glaube ich. Wir müssen bestimmt noch da. Letztes Mal hat er mir angezeigt, dass ich irgendwie weiter muss, oder? Weil ich muss jetzt den Bereich quasi verlassen. Ich kann ja nicht weiter, ne? Also, es wird schon da weitergehen, wenn da die ganzen Kollegen stehen. War das schon richtig? Oder man hätte von der Seite auch hierhin gekonnt. Das geht ja auch, ne? Aber es hat mir doch ziemlich klar... Jetzt kann ich da nicht hinblieben. Ich habe doch noch Power, oder? Ich bin doch noch nicht blank. Bietet mir das jetzt aber gar nicht an. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Wirf mal einen Schatten irgendwo hin. Kann er nicht. Darf ich keine Energie mehr? Kann ich wirklich einfach nichts mehr machen? Das glaube ich aber nicht. Ich bin doch tot. Dann hänge ich doch hier fest quasi. Ich laufe mal an die Seite links. Neben dem. Ja. Aber hier gibt es keinen Schatten. Das hat mich vorhin eh gewundert, dass ich mal rüberkomme. Ich dachte, das ist... Die haben das mit Absicht mal eingebaut. Ich kann gerade auch nicht blinken. Du kannst dann auch nicht da runterspringen, weißt? Kann nichts machen. Ich kann nicht blinken und mich hänge gerade ein bisschen fest. Ich kann jetzt versuchen, mich da in den Schatten fallen zu lassen. Aber dann falle ich wahrscheinlich ins Wasser. Aber kannst du überhaupt fallen? Oh. Ziemlich gut sogar. Okay. Also ich tippe mal. Guck mal, da. Boot, Boot, Land. Da muss ich hin. Vielleicht, ja. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob man nicht auch hätte andersrum hierher gehen können. Okay. Stand doch. I don't know. Ich will den nicht anormal. Oh, nö. Ja, wir könnten das auch in der nächsten Folge machen. Aber dann haben wir wahrscheinlich wieder so eine halbe, ne? Ja, das passiert uns ja öfters. Also eine halbe im Sinne von wahrscheinlich sehr, sehr kurz. Du meinst die Folge jetzt? Ja, wollen wir die Folge beenden? Ja, die ist mindestens 20 Minuten lang. Tschüss. 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 Tschüss.